Verprügeln können wir hier rein. Oh, wir können hier in das Haus. Oh, what the fuck! Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu South Park The Stick of True. Ich werde mal ganz kurz die Musik noch so ein Ticken leiser stellen. Hier die Lautstärke. Einfach so ein Ticken, so ungefähr. Und, äh, ja, das wenden wir kurz an, annehmen. So, okay, wunderbar, es kann weitergehen. Wir haben das letzte Mal hier, ähm, was, äh, also hier so einen Kampf gehabt. Ihr habt dann so gesagt, ja, äh, lest ihr lieber mal durch, äh, was Butters und so sagt. Ja, das stimmt, ihr hattet recht. Und ich werde es jetzt dann versuchen, aber ich habe gedacht, ähm, ist dasselbe Prinzip wie Kämpfen mit ihm hier. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ist, ich dachte, es wäre dasselbe. So, jetzt schießen wir mal an den da, so. Und, pam. Ach, da passiert nichts, okay. Aber wir haben ja unendlich... Oh! Hä? Was? Ich muss jetzt nochmal kämpfen? Oh, nee. Warum? Ich habe den Kampf doch geschafft. Oh, Mann. These lands hold many dangers, new kid. Okay, Leute, ich mache einen Cut und dann, äh, machen wir weiter, wenn der Kampf fertig ist. So, Leute, äh, der Kampf ist vorbei gewesen. Diesmal, äh, habe ich auch die Dinge durchgelesen. Ich wollte nicht einfach nochmal dasselbe machen. Ich muss jetzt, äh, ja, nochmal das ganze Zeug hier einsammeln. Keine Ahnung, warum es nicht gespeichert hat. Das war ein bisschen blöd, aber... Was soll's? Gut, wir haben jetzt hier ein paar Sachen und jetzt geht's weiter. Gut, ähm... So, was haben wir hier? Vergessen, wie man schießt oder einen Questreiter öffnet. Keine Sorry, gedrücke. Start, um Hilfe und bla 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 zu bekommen. Okay, hi! Hallo. Sorry, aber wir können nicht Freunde sein, bis du mehr Freunde hast. Ach, okay. Oh, können wir da oben vielleicht den Vogel abschießen. Warte. So. Und jetzt... Ja, so. Und jetzt... Oh. Ich dachte, da würde ich jetzt was bekommen. Pam. Okay, ich dachte, da wäre irgendwas Tolles. Geht's hier weiter? Neue Nachricht von Kenny. Ja gut, dann schauen wir mal nach, was, äh, hat denn der Kenny geschrieben. So. Ähm. Muss ich hier hin? Auf Home. Klicke auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Also wirklich, Prinzessin Kenny. Das musst du nicht ständig posten. Ja gut. Okay, wie sieht... Was ist das da unten? Hä, was ist das? Lol. Was war das? Okay, das können wir zerstören. Ne, da brauche ich... Äh. Jimmies Garagenschlüssel. Okay. Wir demolieren jetzt hier ein bisschen. So, wie sieht's hier aus? Können wir hier rein? Ne, schade. Ist hier alles zu. Okay. Wir erkunden hier ein bisschen. Ich weiß jetzt nämlich nicht... Also, doch, ich weiß, wo ich hin muss. Oh, ein Kronkorken. Oh, das Tor ist auf. Ach, welch klasse. So, was haben wir hier alles? Ist hier irgendwas Besonderes? Da. Ein Haltrank, ein Wasserballon, ein Mönchstonsur und verrückte Action-Rat vor allem. Ja. Kann ich da was machen? Ne. Leider nicht. Okay. Bam. Erstmal so alles verprügeln. Können wir hier rein? Oh, wir können hier in das Haus. Oh, what the fuck? Damit habe ich hier gar nicht gerechnet. Lord. Ach, du Kacke. Oh, ich wein' gerade. Hi. I'm actually faster at Facebook-Messaging than I am at Speaking. Here. This will just go a lot faster if I friend you. Ja, cool. Ich habe jetzt sieben Freunde. Das ist toll. Kelly Gardner. Ja, sehr schön. Ähm. Bringt die mir irgendwas? Ich habe hier Butters. Ah, hier steht nochmal Butters Fähigkeiten. Die habe ich über... Ein neuer Freund. Kelly Gardner. Ähm. Da. Da. Das ist deutlich einfacher als Reden. Naja. Jedenfall habe ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine echte Verbindung gibt. Jo, stehst du auf mich, ne? Oh, oh, oh. Warte. Wie war das mit Pupsen? Warte mal. Wo ging das? Ich will Pupsen. Ne, das ging nicht hier. Oh, Mann. So geil. Ich habe sie angepupst. So. Okay. Das können wir auch aufmachen. Hier ist eine Kloschüssel. Was ist das da? Bebsi. Oh, da oben ist was. Kann ich damit was machen? Da oben das Ding. Oh, warte. Und jetzt? Ja, cool. Eine Leiter. Ich bin einfach gut. So, was gibt es hier oben? Hi. Okay. Ja, und jetzt? Was ist da drin? Geld. Und eine Druidenkrone. Na, leider bin ich kein Druid. Aber ich habe eine Druidenkrone. Ja, das wird es wohl sein, meine Freunde. Die Druidenkrone. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo ich bin. Ich könnte ja auf der Map nachgucken. Moment. Müssen wir mal kurz gucken. Die Karte. Ich bin jetzt gerade hier. Und... Oh. Ja, da muss ich hin. Zu den Waffen. Zu Craigs Haus. Oder da oben ist was. Es gibt zwei Quests. Ja gut. Wir hätten auch hier lang gehen können. Aber komm. Lass uns erst da hier hingehen. Hier ist auch eine Quest. Und... Äh... Dann gehen wir erst da zu Craig. Na? So. Ist ja egal, wo wir zuerst hingehen. Hi. Kann ich mit dir sprechen? Oh. Oh nein. Er heult. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh nein. Ich habe den zum Heulen gebracht. Sorry. Oh Mann. So ein bisschen leid tut mir das jetzt schon. Okay, wo geht es hier lang? Da ist auch irgendwas. Kann man sich hier ja auch irgendwas schnorren? Da ist nichts. Können wir dann vielleicht hier in das Haus rein? Oh ja. Tastisch. Wir sollten... Was? Wir sollten was? Jetzt hat... Ach Mensch. Suche Craig in seinem Haus. Ach gut. Das haben wir schon gemacht. Warte nochmal auf die Karte gucken. Hier ist Craig auf jeden Fall nicht. Okay. Gibt es hier hinten irgendwas noch? Nee. Dann müssen wir jetzt höchstwahrscheinlich zurücklaufen. Und erstmal da hinten die Leute holen. Okay. Dann würde ich sagen... Ja gut. Müssen wir zurück. So. Ich kann ja mit B schneller rennen. Wir gucken erstmal die Straßen hier durch. Kurz. Ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Kommt man da irgendwie hoch? Ist es eine Leiter? Nee. Leider nicht. So. Was ist hier? Ach cool. Hier ist ein Waypoint. Oh. Lass erstmal in das Haus gehen. Wir brechen jetzt wo ein. Yay. Wer wohnt hier? Hallo? Ups. Was ist da drin? Die Kacke, die gepinkelt hat. Geld. Baseballkarte. Okay. Mach mal aus. Okay. Wer wohnt denn hier? Ist das Mr. Spock? Lol. Okay. Den kenne ich nicht. Nicht mal aus der Star Wars Park Serie. Hi. So. Hallo? Hi. Mr. Spock. Können wir hier irgendwas machen? Wir brechen einfach irgendwo rein und durchsuchen alles. Das läuft bei uns. Ein Klingonenbad. Ja Mensch. Das ist ja hier ein USB-C2 sogar. Gehört alles uns. Hi. Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. Okay. The captain is my mom. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A Tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a Tricorder. It's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron-Sector and locate that device before it falls into Klingon-Hands. I think it fell out of my backpack near the church. Wir haben jetzt gerade eine Quest bekommen von einem Vulkaner. Okay, Mr. Spock. Alles klar. Erstmal deine Unterhose mitnehmen. Ein bisschen Geld und gesundheitsdrang. Ein Quest gegen... Lord. Finde Kevins gestohlenes iPad. Ja, gut. Müssen wir mal gucken, ob wir das denn... Oh, hier ist nichts. Das ist verschlossen. Das ist nicht verschlossen. Was ist das? Oh. Leute, wollen wir mal wieder eine Runde kacken? Ne, ich glaube nicht. Das nehmen wir einfach alles mit. Können wir das eigentlich alles auch verticken irgendwie. So. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Gut. So. Gehen wir raus. Und dann durchstöbern wir noch kurz, was es unten gibt. Und dann begeben wir uns auf den Weg zu den anderen. Weil wir haben ja eine Quest zu erfüllen. So. Einfach mal hier weiter. Der Beten. So. Einfach mal zerstören. So. Was ist hier? Stärkedrang. Gabel. Heildrang. Okay, gut. Wir haben hier so gut wie alles entdeckt. Ich muss mir angewöhnen zu sprinten. Das habe ich noch nie gemacht. Beziehungsweise ich bin es einfach nicht gewohnt. So. Gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Und hier können wir jetzt das aktivieren. So. Sehr schön. Ähm. Gut. Ähm. So. Wir wollen jetzt. Pass mal auf. Was ist am nächsten? Hier. Um dort hochzukommen. Von da komme ich über den Sportplatz. Dann. Ja, komm. Wir reisen jetzt hier hin. So. Auf jedem Level erhältst du eine Aufwertung. So. Okay. Ähm. So. Da rein. Und jetzt sprinten wir kurz hier durch. Verprügeln. Oh. Oh. Das gefällt dir, ne? So. Gehen wir hier lang. So. Schön. Und dann sprinten wir in die Richtung. Let's go. Laden. Ach, okay. Wer ist das da hinten? Wann komme ich hier irgendwie durch? I'm using stealth. You can't see me. Doch. Ich kann nicht sehen. Okay. Dann halt nicht. So. Ähm. Dann gehen wir hier rein. Was gibt's denn hier Tolles? Ja. Ich weiß. Es ist jetzt gerade keine Kampffolge oder so. Ich... Äh. Das ist Stan's Haus, aber er ist nicht hier gerade jetzt. Oh. Hi. Wer bist du? Hey, Leute. Grab ein Bier und stehe mich für das Sportcenter. Oh, Stan's out playing that game too. Okay. Ich wollte, dass du kommen, aber du lässt mich nicht, also ich trinke Bier anstatt. Hey, Leute. Grab ein Bier und stehe mich für das Sportcenter. Ich wollte eigentlich dich als Freund treffen. Sharon, da ist ein Messer in der Lebensrunde. Kaputte Glühbirne. Können wir hier was kaputt machen? Nee. Okay. Gehen wir mal hier hin. Oh, Kühlschrank. Lass an den Kühlschrank gehen. Gesundheitstrank. Ein großer. Äh. Was haben wir hier? Panflötenspieler. Tempo-Trank. Äh. Ja. Okay. Cool. Äh. Da haben wir jetzt tolle Sachen hier. Die Häuser, sie sind ja hier alle einfach gleich aufgebaut. Okay. Gehen wir hier hin und direkt nach oben. So. Ähm. Da ist der Stand drin. Äh. Warte. Hier. So. 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 Einfach alles mitnehmen. Und dann gehen wir mal rein. Und randalieren mal in seinem Zimmer. Was hat er hier? I'm never coming out. I'm never coming out. Lol. Da ist eine Person im Schrank. Bestimmt Harry Potter. Ich bin sicher, er dir was gibt, wenn du es gerade gefragt hast. Was ist hier? Alles gut. So. Oh. Was ist... Was könnte hier drin sein? Schuhgutaschenrechner Standpunk. Äh. Hier haben wir das. 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 Okay. Sehr schön. Sonst ist hier eigentlich nichts Wichtiges drin. So. Dann gehen wir direkt wieder raus und gucken hier rein. Ich nehme einfach alles mit. Es ist einfach so krass, was es hier alles gibt, ne? So. Oh. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, kurd. Ist es ein Endboss? Oh ne, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt gegen den kämpfen, ne? Wer ist das? Achso, Butters. Ah, das ist das Ehepad von denen, ne? Looten wir auch mal. Riesenschnurrbart. Karte für medizinisches Marihohana. Unterhose. Oh. Uns fehlt nur noch eine Unterhose. Ja, nice. So. Wir rushen hier ja richtig durch. Vielleicht finden wir die Unterhose ja im Bad. Wer weiß. Okay. Ja, das war eine sehr wichtige Information, Butters. Okay. Cool. Ähm. Dann können wir wieder rausgehen. Hier gab es nichts Wichtiges. So. Und dann gehen wir da runter. So. Ey, ohne Witz, das mit der nackten Frau... Das, ähm, mit der nackten Frau, das schockiert mich immer noch so ein bisschen, ne? Muss ich ehrlich sein. So. Oh, warte. Äh. Ja, da können wir schießen. Äh, so. Und dann nach oben. Ja. So, jetzt. Was gibt's hier oben? Oh, auch eine Schatzkiste. So. Druidenrufe. Warum finden wir hier nur Druiden-Sachen? Wisst ihr, noch Magiere. Magiere, ja. So, okay. Was gibt's hier Tolles? Können wir die Schwanen... Können wir die Schwanen... Ha? Hallo? Okay, wunderbar. Den haben wir jetzt als Freund. Das ist schön. Ähm. Gut, komm, wir versuchen jetzt die Quest zu erfüllen. Wir können die anderen Häuser, können wir auch wann anders besuchen. Wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Oh, hier ist der Spielplatz. Playing Pirate is better than being a pirate. Who wants to live in stinky old Somalia anyway? Okay. Ja, sehr interessant, ne? Butters. So. Lass mal... Oh, hier, Girls. Girl Toilette. Aber da kommen wir nicht rein, ne? Cartman gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Mit denen allen reden. Oh, ne. Oh, Mülleimer. Im Mülleimer wühlen. Ah, ne, es ist kein Mülleimer. Ups. So. Lass hier lang gehen. Und gucken. Okay. Kurz auf die Karte gucken. So. Wir sind jetzt da. Ich muss jetzt da hoch. Und dann gehen wir erst da hier hin. Da. Zu Cafe Tweak. Ah, da wollen wir so wissen. Oh, hier ist noch. Cool. Hör mal das Looten. Was ist das? Ah, jetzt, jetzt wird es angezeigt. Halt dran. Ne Duttperücke. Okay. Interessant. So. Ähm, dann gehen wir hier lang. So. Über die Straße. Und schon dort lang. So. Da ist das Kino. Hallo. Hallo. Ist ein Pedo. Over here. Den lassen wir mal kurz. Wir wollen hier rein. Erstmal. So. Hallöchen. So, wir wollen den Tweak heißt der, glaube ich. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee. Brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? I'm not getting that. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Ah. Oh, okay. Hallöchen. Hi. Okay, dann, dann, dann. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room. Unattended. Unattended. Like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh. Was können wir uns kaufen? Ein Tempo-Ultra-Trank. Was macht der? Diese seltene Mischung steigert deine Angriffskraft und lässt dich erneut angreifen. Ja, gut. Komm, lass mal mitgehen. Das. That purchase qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. Ja, das sind die Freunde. Das ist schön. You should try some coffee. It gives you that energy to stay focused at school. Sure, we could sell it to one of the big national... Hallöchen. Tweak. What's this? Huh? Now? The guys need me now? Oh, there's no way, man. I have way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, you. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Was? Okay, ich muss jetzt zu Kenny's house. Ach Gott, was ist das? How am I supposed to do all of this? There's no way, man. With Westsharpon. Here, it's just me. Ach, du Kacke, ne? Okay, warte mal. Oh, da oben ist eine Kiste, aber da brauche ich einen Schlüssel dafür. Sehe ich schon von hier, ne? So. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Vielen Dank.